Moin Leute, ja auf wirklich viele Anfragen hin nehme ich hier einen Jackery Explorer 1500 Pro auseinander. Jackery scheint tatsächlich sehr beliebt zu sein bei Powerstations, also da ich wirklich oft danach gefragt werde. Also mal sehen was dran ist, denn ich nehme das Teil komplett auseinander und checke alles vom Wirkungsgrad über Kabeldicken bis hin zum Sinussignal und der Akkuqualität. Ja also bei mir erfahrt ihr, ob wirklich drin ist, was der Herspeller verspricht und das werden wir jetzt checken, also los geht's. Zum Messen des Wirkungsgrades lade ich das Teil halt einmal auf und dann entlade ich es. Zum Entladen nehme ich eine elektrische Heizung und versuche die Nominallast möglichst gut zu treffen, in dem Fall also so circa 1500 Watt. Also laden wir das Ding erstmal auf und das ging hier so mit 1100 Watt, also das ist schon echt flott, also wirklich schnell laden würde man das nennen in dem Fall. Die Ladeleistung muss man aber immer im Verhältnis zur Energie sehen, also 1500 Wattstunden und das ist ziemlich gut, also da sind wir eigentlich bei einer ganz guten Ladeleistung. Wir sehen jetzt hier, wie viel ich gebraucht habe, um das Ding vollzuladen. Dazu habe ich 2,01 Kilowattstunden gebraucht und das hat so circa anderthalb Stunden gedauert, also das ist alles in Ordnung in meinen Augen, das passt erstmal. Entladen habe ich dann mit circa 1,5 bis 1,6 kW an Leistung und konnte auch tatsächlich 1,5 Kilowattstunden aus dem Ding wieder rausziehen. Also exakt das, was der Hersteller angibt, das ist also auch komplett in Ordnung. Dann rechnen wir uns den Wirkungsgrad mal aus, das sehen wir halt dann die 1,5 Kilowattstunden, die ich rausbekommen habe, geteilt durch die 2,01 Kilowattstunden. Da kommen wir auf 74,6% Wirkungsgrad, das liegt im Mittelfeld, ist es auch komplett okay, vor allem wenn man das extrem flotte Laden mit berücksichtigt. Gute Powerstations kommen so an die 80% ran und schlechte tingeln eher so bei 70%. Das Beste, was ich bisher gemessen habe, waren 81, noch was Prozent. Das war allerdings ohne Schnellladen. Hier also soweit alles in Ordnung für mich, also besonders wenn man die sehr schnelle Ladung beachtet, passt das für mich komplett. Was ich noch hinzufügen muss, und das ist tatsächlich irgendwie ein echter Vorteil bei dem Ding, das Ding ist echt leise. Also das fand ich krass, das ist bisher das leiseste Gerät, was ich hatte. Der Lüfter ist sehr ruhig, also man kann sich in einem Raum, wenn das Ding voll am Laden ist und so weiter, echt noch halbwegs unterhalten. Also halbwegs, es geht, man hört es schon, aber es geht noch, man kann noch reden. Deswegen, das fand ich tatsächlich recht angenehm, auch der Sound von den Lüftern ist eher so, sag ich mal im tiefen Bereich, ist nicht so schrill und unangenehm, sondern das geht. Also beim Laden und Entladen fand ich, war es bisher von der Akustik das angenehmste Gerät, was ich hier hatte, das muss ich schon sagen. Und ein paar habe ich mittlerweile durch. Ja, ich habe auch noch das geile Jackery Solar Panel mitbekommen für 699 Euro und 200 Watt Panel. Da muss ich ganz ehrlich sagen, darüber rede ich gar nicht erst, das ist komplett bekloppt, also auch wenn es faltbar ist und so weiter, don't do that. Also meine 380 Watt Panels aus Deutschland haben ca. 150 Euro gekostet, klar sind nicht faltbar und viel schwerer, ich weiß, aber es ist trotzdem echt gestört. Also Thema für mich beendet, ja absolute Negativempfehlung, was das angeht. Also sauberer Sinus ist ein sehr wichtiges Thema, finde ich. Ich habe nur ein relativ einfaches Oszilloskop, deswegen kann ich jetzt keine kleineren Verzerrungen messen. Also ich müsste normal quantifizieren, wie weit das Signal wirklich von einem echten Sinus entfernt ist. Aber es reicht für gröbere Probleme und die sind hier tatsächlich auch im interessantesten. Also da sieht man ganz oft wirklich Verzerrungen, wenn die Last hochgeht und so weiter und die kann man optisch tatsächlich auch meistens schon erkennen. Ihr seht jetzt hier, ich gebe volle Power bei dem Ding, also 2 kW und das bei einem sehr niedrigen Ladezustand, also das ist wirklich hart für die Mühle, ja. Und 2 kW ist sogar Überlast, also wir sind über der Nominallast, ja. Und ich denke von einem der Marktführer auf dem ganzen Gebiet und auch für den Preis erwarte ich hier tatsächlich eigentlich nichts drunter, das muss funktionieren. Ja, ich will überhaupt gar keinen Stress haben, weil das gibt es oft. Und ja, wir sehen jetzt hier nichts, ja. Also ich switche andauernd die 2 kW ein und aus und ihr seht, da passiert gar nichts, ja. Die Spannung geht so im Mittel auf vielleicht 3 Volt ein bisschen runter und das ist echt überhaupt nicht der Redewert. Also 1a hier wirklich besser, kann man es nicht machen, das ist richtig gut. Und das wirklich bei sehr starker Überlast, also 1a, kann man wirklich nichts sagen. Ja, schauen wir mal ins Innere von dem Ding und mich interessieren wie immer besonders die Akkus, die da drin sind, also die Zellen. Ich will halt wissen, welche Zellen verbaut sind, sind die irgendwie ordentlich, sind das No-Name-Zellen und so weiter. Die Kabeldicken will ich checken, also wie sicher ist das Teil, sind das Silikonkabel, also mit Silikonummantelung, sind die halt thermisch stabil und so weiter. Sowas gucke ich mir halt an. Und wir sehen jetzt hier erstmal das BMS und was ich schon hier direkt geil finde, das sind die dicken Kupferbars, mit denen die Akkus angebunden sind, ja. Das finde ich richtig geil, denn das hatte ich bisher nur bei Ecoflor gesehen. Also das hier ist auch wieder richtig Material, was verwendet wurde und da ist auch Querschnitt oder so alles völlig drüber richtig gut. Also das fand ich sehr, sehr schön, das hat mir sehr gut gefallen, ja. Die restlichen Kabel, die verbaut waren, die ich jetzt sehen und messen konnte, die passen ebenfalls alle sehr gut. Also hier war es wirklich sehr ordentlich gemacht, da kann man gar nicht meckern. Okay, ziehen wir uns jetzt die Akkus rein, ja. Das sind tatsächlich BAK 21700CG 50 Zellen, also mit 5000 mAh. Also vermutlich sind es NMC Zellen, das heißt Lithium, Nickel, Mangan, Kobaltoxid, wobei mich die niedrige Zyklenfestigkeit von 1000 Zyklen etwas wundert. Das Datenblatt vom Akku findet ihr bei uns im Forum. 1000 Zyklen sind wie gesagt ein bisschen wenig, typisch bei NMC sind eher 2000 Zyklen. Also wenn es NMC Zellen sind, das weiß ich tatsächlich nicht, stand leider nicht im Datenblatt. Oder bei Lithium-Eisenphosphat liegen wir sogar eher bei 3000 bis 6000 Zyklen. Die wiegen bei gleicher Energie allerdings mehr. Das ist dann halt ein Nachteil. Vermutlich ist die Kiste eher auf Leistung und niedrigeres Gewicht getrimmt, denn 17 Kilo sind wirklich nicht schlecht für die Energie und die Leistung, die es liefert. Deswegen, vermute ich mal, liegt es halt irgendwie daran, diese niedrigere Zyklenfestigkeit. Also das ist vielleicht dann ein Preis, den man halt irgendwie bezahlen muss. Ansonsten sind das sehr, sehr gute Akkus. Also das sind wirklich Markenakkus. Sowas findet man sehr selten in den Powerstations. Meistens sind es irgendwelche No-Name-Dinger, die ich echt für ganz billige Preise bei Alibaba oder so nachfinden kann. Also das würde ich jetzt hier als echten Pluspunkt bezeichnen. Angeordnet sind die als 12 S7P-System, also es sind 12 in Serie und 7 parallel mit einer nominalen Spannung von 43,2 Volt. Wie immer die Frage, bin ich gekauft? Nein, denn ich habe für den Test kein Geld bekommen oder genommen. Ich lehne das wie gesagt grundsätzlich ab, weil ich unabhängig bleiben will. Der Hersteller hat aber auch hier wieder gar nichts versucht, also war alles super entspannt. Hin und wieder kommt es vor, dass mir Geld angeboten wird. Relativ viel sogar oft, wenn ich das Ganze in eine bestimmte Richtung lenke, also halt Aussagen treffe, die die wollen oder halt Steller mache. Ja, war hier nicht der Fall. Das Gerät werde ich im Namen der Firma spenden. Wie gesagt, in meiner Bekanntschaft gibt es einige Leute, die in ärmeren Ländern und Krisengebieten unterwegs sind, als Arzt, Entwicklungshelfer und teilweise echt mit krassem Risiko. Und die können das echt gut gebrauchen und der Einsatz dort sehr sinnvoll und hilfreich. Wenn ich weiß, wo die Dinger landen, also dass die dann halt irgendwie einen sinnvollen Einsatz bekommen, das ist mir sehr wichtig. Und ja, einfach so ein emotionales Ding. Deswegen möchte ich das gerne so machen. Mit diesen Tests mache ich meistens finanziell gesehen Minus, also mit diesen Testvideos, weil die Videokosten für diese Videos speziell meistens höher sind als die Einnahmen. Deswegen mache ich die Tests vermutlich nicht mehr so häufig. Ihr könnt das aber gerne finanziell supporten, wenn ihr wollt. Dann kann ich es vielleicht ein bisschen häufiger machen, wenn es sich anbietet. Müsste aber nicht. Wie gesagt, es läuft auch so alles ganz gut. Halt ein bisschen seltener, dann komme ich auch ganz gut klar. Alles gut. Ja, würde ich das Teil kaufen und ich kann wie immer nur sagen, ich würde mir im Leben keine Power Station für so viel Geld kaufen, also weil ich die Dinger persönlich auch einfach nicht benötige. Ich habe dafür keinen Einsatz, auch weil die mir für die gebotene Leistung zu teuer sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber je nachdem, für einen Camper oder für einen Notstrom ist das ganz okay, wenn man das nötige Kleingeld für sowas übrig hat. Ansonsten kann ich an dem Ding hier wirklich gar nichts aussetzen, also bis auf die relativ niedrige Zyklenfestigkeit. Aber ich denke, dass das der Preis ist für das niedrige Gewicht und die hohe Leistung, die auch wirklich gut gehalten wird. Ja, also das ist auch wirklich alles drin. Das ist fair. Also das ist dann vielleicht halt der Preis dafür. Der Sinus ist wirklich unter super krassen Bedingungen extrem sauber und das fand ich sehr, sehr erfreulich. Also das habe ich in der guten Form selten gesehen. Die Kapazität war genau wie angegeben. Der Wirkungsgrad lag so im Mittelfeld. Also alles in allem fand ich das Ding komplett in Ordnung und kann das eigentlich nur empfehlen. Was mich auch super gefreut hat, ist, dass es sehr leise war. Also bisher das leiseste Gerät tatsächlich, was ich in der Hand hielt. Also auch das ist sicherlich ein Vorteil, denn einige andere Hersteller, da ist das halt so richtig, also da kannst du dich nicht unterhalten im Raum. Ich kann dich nicht unterhalten, Don Carlos. War hier nicht so. Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat oder geholfen hat, lasst mir gerne ein Abo da und ein Like. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.